Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Supermarkt-Simulator. Ich denke mal, ihr kennt das Spiel. Das geht ja mittlerweile ziemlich durch die Decke. Und ich hab's privat für mich auch schon häufiger gespielt. Deswegen bin ich auch schon relativ weit. Und ich dachte mir, ich zeig's euch einfach mal, um eben mal zu schauen, wie ist das Interesse. Interessiert euch das? Vielleicht auch nicht. Dann mach ich halt demnächst wieder Zug-Simulator. Mal schauen. Wie ihr seht, ich hab einige Mitarbeiter. Die beiden räumen gerade die Regale ein. Ich hab nämlich auch ein richtig cooles Lager. Da komm ich gleich noch zu. Dann hab ich zwei Kassen, einen Kassierer. Ja, das hier ist mein Laden. Zwei schöne Doppelreihen. Und hier an der Seite noch schöne Kühltruhen. Da ist eben Sushi-Fischzeug und so ein bisschen Gedöns drin wie Butter, Lachs und Käse. So ein bisschen Standardzeug. Aber ich hab bisher noch gar nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Also, ich hab jedes Produkt mindestens so oft, wie in den Laden reinpasst. Wenn nicht sogar doppelt so oft. Halt immer ein so ein Doppelfach. Und, äh, ja, das geht verdammt schnell weg. Und ja, das tut. Und ja, das Coole ist nämlich, jetzt kann ich nachbestellen und einfach gucken, was fehlt im Lager. Weil ich davon ausgehen kann, dass meine Mitarbeiter das Ganze immer in die Regale einräumen. Vorher hab ich das immer manuell machen müssen. Dass ich sage, ich gucke, was fehlt. Bestell einen Karton und räume es selber ein. Das war so viel Arbeit. Ich bin fast gestorben. Jetzt haben wir die Mitarbeiter. Die gibt's auch noch gar nicht so lange. Und die machen mir das Ganze dementsprechend einfacher. Von so ganz großen Produkten hab ich normalerweise immer mehr auflagert. Zum Beispiel Kartoffel. Denn da sind nur vier Stück drin pro Karton. Und, äh, ja, ihr seht schon, wie schnell die weggehen. Klopapier genauso. Und das andere, was war das noch? Ach, genau, Hähnchen. Da sind eben auch nur vier drin. Da hab ich jetzt neulich erst nachbestellt. Aber ihr seht, das Lager muss wieder aufgefüllt werden. Denn die beiden Kollegen hier räumen, ist ziemlich zügig immer wieder leer. Das ganze Lager packt aber sowas von viel Zeug, dass ich den ganzen Laden locker dreimal davon befüllen könnte. Und dementsprechend teuer war es auch, das ganze Lager zu befüllen. Dementsprechend viele Schulden hab ich gerade auch bei der Bank. Und zwar einmal den Kredit von 2000 und den von 750. Den 5000er-Kredit bin ich irgendwie schon los. Ich wundere mich zwar gerade, warum. Aber umso besser. Dann schreiben wir uns jetzt ne kleine Einkaufsliste. Und kaufen mal ein, damit das Lager wieder voll ist. Einmal diese Bienen-Cracker. Dann siebenmal Kartoffel. Viermal Klopapier. Hier fehlt noch ein Ketchup. Okay. Okay, das Ganze werden wir jetzt kaufen. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht ganz reichen, was wir kaufen. Denn die Kollegen füllen ja immer noch irgendwelche Regale auf. Aber das macht ja auch nichts. Wie gesagt, ich hab ja sowieso alles drei- bis viermal mehr, als ich brauche. Aber das Lager soll ja auch nicht leer laufen. Warte mal. Du hast noch nicht geliked und abonniert? Obwohl der Algorithmus das einzige ist, was diesen Kanal am Leben hält? Warum nicht? Dann aber schnell. Dann einmal Online-Shopping. Und jetzt packen wir das Ganze mal ein. Zweimal Käse. Einmal das Bienenmüsli. Siebenmal Kartoffel. Kaufen. Man kann nämlich immer leider nur zehn Sachen auf einmal bestellen. Deswegen machen wir jetzt direkt die nächste Bestellung. Mit den vier Klopapierrollen. Normaler Reiniger. Ketchup. Eine normale Pizza. Eier. Und Gummibären. Wo sind die? Die müssten hier auch irgendwo sein. Hier genau. Kaufen. So. Und das Ganze finden wir jetzt in einem riesigen Haufen hier vor unserem Laden wieder. Normalerweise stapelt sich das schön. Außer man bestellt direkt 20 Boxen auf einmal. Das Ganze müssen wir jetzt flott einsortieren. Und dann können wir auch schon den Tag starten. Denn einmal möchte ich den Kredit loswerden. Und zum anderen würde ich gerne mehr Produkte anbieten. Das heißt, meine Produktlizenzen erweitern. Und dann eben das Ganze ins Lager ergänzen. Und halt Platz finden im Laden selbst. Das wird auch verdammt cool. Ich denke mal, das machen wir heute noch. Ja, ich würde sagen, ich sortiere das Ganze kurz ein. Und dann machen wir gleich weiter. Und dann machen wir gleich weiter. Bleichmittel brauche ich noch zweimal. Das habe ich gerade vergessen. Aber das sind jetzt auch die letzten Produkte, die wir einräumen. Und dann können wir mit der spannenden Arbeit beginnen. Und zwar Leute abkassieren, Preise bestimmen. Ach so, und ja, eine neue Lizenz kaufen für die Produkte. Dann haben wir jetzt alles. Der Laden ist voll. Das freut mich. Und somit sind wir bereit, um den heutigen Tag zu beginnen. Einmal das Schild umdrehen. Klick. Jetzt haben wir offen. Ach, ist das herrlich. Ich finde es auch cool, dass das Spiel eine richtig heftige Grafik hat. Und verhältnismäßig einfach zu bedienen ist. Also du kannst ja alle möglichen Regale kaufen. Kannst die selber platzieren, selber befüllen. Es ist eigentlich total simpel. Weil King of Retail ist ja doch recht komplex. Das ist das Spiel noch nicht. Aber es ist ja auch Early Access. Also es wird noch einiges dazukommen. Aber ganz ehrlich, was will man denn mehr? Ich finde es halt schön, wenn man nicht gerade studiert haben muss, um irgendein Spiel zu verstehen. So, der Kollege bedient schon fleißig. Das ist cool. Ich werde mich jetzt auch an die Kasse hocken und mitbedienen. Aber noch sind ja gar nicht so viele Leute da. Wir können ja schon mal die Rechnungen zahlen. Denn wie in der Realität auch, bekommen wir hier täglich Rechnungen. Einmal die Miete. Die bezahlen wir natürlich. Hier können wir neue Abschnitte kaufen für den Laden, damit der Raum noch größer wird. Das Ganze geht mit dem Lager auch. Hier seht ihr die Produktlizenzen. Ich habe am Anfang direkt die teuren gekauft. Mit dem Fisch und so. Weil ich mir dachte, da verdiene ich mehr. So, es hat gebimmelt. Das heißt, jemand wartet an der Kasse. Den bedienen wir jetzt. Einmal die ganzen Produkte scannen. So. Er zahlt mit Karte. Das ist immer recht chillig. Dann müssen wir nicht mit dem Geld hantieren. So. Okay. Dankeschön. Bis denn. Und so verdienen wir jetzt eben unser Geld. Während die ganzen Kunden die Regale leer räumen, füllen die Verkäufer sie wieder auf. Ja, diese ganzen Kleinzeugeinkäufe, die mag ich nicht so. Ich mag es eher, wenn die Leute so viel Sushi kaufen, dass da 200 Euro irgendwann stehen. Das macht dann schon mehr Spaß. Da hinten werden wieder Kartoffeln aufgefüllt. Schön. Hier, 85 Cent Wechselgeld. Einmal 50, 25 und 10. So. Ja, der Einkauf ist schon etwas größer. Aber die Sushi- und Fischsachen treiben die Einkäufe meistens richtig nach oben. Aha. Hier ist Sushi. Mega. Klick. Direkt 20 Euro mehr. Das schmeckt. Reiniger, Käse und Kartoffel. Das ist halt das Problem. Kartoffeln sind eh so wenige im Regal. Und dann kommen diese Spezialisten, die direkt drei Stück kaufen. Da können sie gleich einen ganzen Karton mitnehmen. Hier, 184. Das ist doch schon mal ein Wert, der sich lohnt. Jetzt könnte man auch langsam Licht anmachen. Die Lampen platziert man übrigens auch selber. Also echt cool, das ganze Spiel hier. Wir haben jetzt aber auch schon 9 Uhr abends. Das bedeutet, der Laden hat jetzt eigentlich schon zu. Die Leute, die jetzt hier drin sind, werden natürlich noch bedient. Und alle anderen haben jetzt halt eben Pech. Oh, die hat drei Sushi gekauft. Alter, das ist cool. 173. Ich bin Eminem. Ja, ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ganze Spiel wird von einer Person entwickelt. Das ist ja fast so eine Sache wie der Feuerwerksimulator damals. Aber es eilt ja auch nicht. Das Spiel ist jetzt schon mega cool, macht mega Spaß. Und wenn noch was dazu kommt, dann freuen wir uns. Wenn es aber noch ein bisschen länger dauert, kein Problem. Wieso habe ich da eigentlich keine Lampe platziert? Ist ja mega lost. Möbel. Hier seht ihr jetzt, was es alles gibt. Nämlich Kassen, Kühlschränke, Klein-Groß, Lampen. Dann Lagerregale, Gefriertruhen und eben die normalen Regale. Genau, Lampe. Nach 21 Uhr geschlossen. Ja genau, wir müssen erst den Tag beenden. Dann sehen wir eben die gesamte Auswertung. Ein Kunde fand das Produkt zu teuer. Okay, stimmt, die Preise habe ich jetzt gar nicht nochmal angepasst. Aber ein Kunde, mein Gott. So, 2000 Profit. Das klingt doch gut. Jetzt seht ihr hier rechts die Preise eingeblendet, die ich jetzt anpassen müsste. Man kann nämlich hier jeden Preis anklicken und selber bestimmen. Dann lasst uns mal gucken, was so eine schöne Produktlizenz kostet. Da hätte ich Bock drauf. Hier, Lizenzen. Was gibt es denn Schönes? Chips, Mehl, Pfeffer, Reis. 3.500 ist halt schon viel. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal die Standardlizenz mit Orangensaft. Einfach Orangensaft. Dann Cola, Bio-Saft und Milch 6er Pack. Das klingt doch gut. Einmal kaufen. Jetzt müssen wir natürlich die Produkte selber auch kaufen, denn das gerade war ja nur die Lizenz. Hier, Orangensaft, Cola, Milch, Apfelsaft, Soda und nochmal Soda. Okay, sieben Produkte. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, und die Lampe von gerade. Stimmt, die brauchen wir ja auch noch. Das Ganze kaufen wir einmal ein. Dann kaufen wir alles noch zweimal ein. Denn das Ganze muss ja auch im Lager vertreten sein, damit das Ganze nicht gleich wieder weg ist. Also, wo ist meine Lampe? Das Kleine müsste es sein. Jawohl, schön. Da können wir jetzt hier oben, klick, die Lampe anbringen und hoffen, dass sie gerade hängen. Tut sie natürlich nicht. Es gibt noch kein Raster. Es wird wahrscheinlich irgendwann ergänzt werden, aber bisher hängen die Lampen deswegen immer ein bisschen krumm und schief. Dann gucken wir zuerst mal, wo wir die Produkte reinräumen. Dann, das Milch 6er Pack, muss das hier vorne rein? Nee, im normalen Schelf. Ach so, das ist so haltbare Milch. Okay, umso besser. Dann kommt die hier rein. Ich mache immer alles ziemlich oft rein, damit es nicht andauernd ausverkauft ist. So könnte ich halt auch wieder ein paar Tage durchspielen. Will ich zwar nicht, weil sonst wären die Einkaufskosten wieder dementsprechend teuer am letzten Tag. Aber so kann immerhin nichts ausgehen. Denn wenn es ausgeht, sind die Leute unzufrieden. Und das muss ja nicht sein. Cola, wo muss die rein? Ach, die muss hier gekühlt werden. Okay. Dann kommt die hier überall hin. Schön verteilt. Ähm, die ganzen Mitarbeiter werden das nachher eh komplett auffüllen. Deswegen ja das Lager. Aber erstmal so, damit die Plätze reserviert sind. Leute, ich glaube, ich brauche einen neuen Kühlschrank. Es wird eng. 375. Das geht ja noch. Einmal her damit. Das ist ein riesen Karton. Und der passt jetzt hoffentlich da hinten perfekt rein. Ja, er passt perfekt. Klick. So. Da kommen jetzt die Cola einmal rein. Dann habe ich noch den einfach Orangensaft. Kommt der auch nach hier? Jawohl. Ach, schön. Das ist die Cola von gerade. Die kommt ins Lager gleich. Was war denn noch neu? Ach nee, hier dieses komische Soda-Zeug. Ich habe schon wieder keinen Platz. Ich werde zum Elch. Der nächste Ladenabschnitt kostet 4400. Bin ich reich oder was? Nee, nee. Das lassen wir bleiben und gucken mal, ob wir so eine Gefriertruhe noch woanders platzieren können. Erstmal kaufen wir einen ein. Her damit. Dann, wo passt das Ding denn hin? Wenn man das Kartoffelregal ein bisschen nach hier schiebt, dann könnte man noch den Kühlschrank hier an die Ecke packen. Ja, das passt. Irgendwann werde ich den eh nochmal verschieben. Aber aktuell habe ich ja kein Geld zum Erweitern. Das passt schon. Dann der Apfelsaft. Der kann auch nach hier. Obwohl, lass mal schauen. Ich will die Säfte nebeneinander haben. Dann machen wir hier die Säfte. Dann holen wir die ganzen komischen Soda-Dinger nochmal raus. Packen die nach hier hinten. Die ganzen Säfte hier will ich nämlich da vorne bei dem anderen haben. Also hier. Und das ganze Soda-Zeug kommt nach hinten. Jawohl. So ein bisschen Ordnung muss schon sein. Sonst weiß man am Ende selber nicht mehr, wo man was einräumen muss. So, das war es aber hoffentlich an Produkten. Die anderen kommen jetzt eben ins Lager. Da werde ich bestimmt noch Platz finden. Lass mal schauen. Jawohl. Hier oben einmal den Apfelsaft. Dann kann hier hinten die Milch hin. Direkt mal beide Plätze reservieren. Damit ich weiß, was wohin muss. Der Orangensaft kommt hier eins weiter nach links. Auf die beiden Plätze. Das Soda-Zeug kommt nach hier. Dann habe ich ja im Grunde auch schon alles belegt, oder? Gut. Die ganzen Mitarbeiter räumen mir das Ganze jetzt dementsprechend wieder leer. Weil die Regale ja noch leer waren. Aber Hauptsache das Etikett hier ist dran. Damit ich eben weiß, was ich dann später nachbestellen muss. Also der ganze Einkauf wäre verstaut. Gut. Die Mitarbeiter räumen noch fleißig ein. Irgendwann fülle ich das Lager wieder auf. Aber das eilt ja nicht. Erstmal gehen wir zur Bank und zahlen den Kredit zurück. Und zwar den hier. Klick. Ja, das war gar nicht so teuer. Weil einen Teil hatte ich schon zurückgezahlt. Das ist doch schön. Dann können wir im Grunde den auch noch zurückbezahlen. Und jetzt bin ich mit 1950 Euro schuldenfrei. Das ist doch cool. Und dann haben wir den heutigen Tag auch sehr gut gemeistert. Also, falls ihr mehr sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr lieber Zug-Simulator sehen wollt, lasst es mich auch gerne wissen. Also, wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich im Zug-Simulator in der S-Bahn so weit beschleunigt habe, indem ich eine ICE vorne dran gegangen habe, bis sie sich komplett zerlegt hat, dann schaut euch gerne dieses Video hier an. Oder ich bände es euch hier irgendwo ein. Werde ich mal gucken. Ich hoffe sehr, wir sehen uns da. Und bis zum nächsten Mal. Digga, komm, beweg deinen Arsch und abonniere. Oh, oh. Wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich investiere. Ja, ja. Bist du schon dabei? Und scroll und kommentiere. Oh, oh. Danke, das bedeutet mir so viel. Ja, ja.